So, jetzt sind wir live auf Sendung, da passt doch. Gehen wir wieder in die Stream World. Alter, schreibt man um die Uhrzeit in der WhatsApp. Geht's noch? Ach nee, das ist Twitch Bastion. Ich nicht. Was machst du, wenn dein Auto nicht zu deinem Leben passt? Änderst du dein Leben? Oder lieber dein Auto? Mach's dir einfach. Mit der Kaufberatung von mobile.de. Alles, was du tun musst, ist einsteigen. Welcher ist dein nächster? mobile.de, Deutschlands größter Fahrzeugmarkt. Jetzt. Ich weiß, das war gerade laut. Tut mir traurig. So, ja, ich mach auf. Danke. Da steht sie vor mir. Du hast deinen Helm in der Hand. Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zu unserem Livestream mit Pluralis 1984 und mit Papa Sean alias Papa Beast. Leute, schön, dass ihr da hingeschaltet habt. Ich baue jetzt wieder eine Runde mit meiner Frau und baue unseren Kleideradatsch weiter. Ich hoffe, ihr habt fun. Und, ja, wenn ihr mögt, könnt ihr da kommis da lassen. Like, follow, piepapo, alles schön. Und, ja, habt Spaß. Und, ja, ich brauche ein paar Repeater, werde ich da mal schon später abbrauchen. Äh, Diamanten, Gold, Holz, Eisen, Steine, Andesit, Neza, Steine. Äh, ja. Ja, die wird wahrscheinlich unten im Erdgeschoss sein. Obst du mal in die, in den einen Ofen, wo die vier sind, ähm, bitte noch, äh, sag schon. Was denn, redet deutsch. Was in? Ja, ähm, in rein. Kohle! Sag halt gleich Kohle, Mensch. Mann, bis es mir jetzt eingefallen ist, hat jetzt ein bisschen gedauert. Du hast bestimmt die ganze Kohle einstecken. Ich habe kein Metakohle, müssen wir es mal oben gucken. Ich gucke gerade eben hier nach Kohle. Hopps, das ist ja okay. Das ist ein Tintensäckchen. Flint haben wir ziemlich viel, aber Kohle, wie gesagt, kann ich nicht einstecken. Nein. Ja, muss wieder Kohle abbauen gehen. Ja. Ich will doch mal Kohle einstecken. Feuerstellen habe ich einstecken. Flintstone. Nein, nein, Flintstone. Nein, 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 nein. Alter. Was? Hat voll die Lachs gehabt. Kommt bestimmt gleich wieder die Meckerei. Passt mal auf, Leute. Die Mecker gleich wieder. Eins, zwei, drei. Mach mal ein eins, zwei, drei, vier. Hier ist auch keine Kohle drin. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, passt. What the fuck? Was machst du denn da? Was wird das wohl werden? Ja, ich weiß es nicht. Achso. Nicht weiterbauen, ja. Geht ja gar nicht mehr. Ist ja das wohl genug. Vielleicht, wenn du mal richtig guckst, dann siehst du es vielleicht schon, was das ist. Schatzi, das wird eine riesige Treppe. Was ist denn du hier? Du, Ding machen hier, oder was? Ich halte mal. Was wird denn das werden? Du wirst dann schon sehen. Geh mal hinüber, nur noch mal Skula schon rühren. Da wackelt was im Topf. Ja. Jetzt muss ich schauen, dass ich mich nicht verzehe. Ich halte mich nicht. ja ja was baut denn der da jetzt eigentlich was soll denn das werden was machst denn du hier für ein Müll Alter soll ich das jetzt alles wieder abbauen oder was richtig aus was soll das werden ich liebe es wenn die Frau verheult wird hörst du auf Fernseh ja sehr gut ich verbisse mich ja schon ja sprich mal was soll denn das werden schon mal was von der Klospülung Farm gehört äh ja okay irgendwie hab ich es gerade gecheckt ist der Groschen in dich gefallen ja so umquer ich schau jetzt mal in der Mine als ich an Kohle rankomme irgendwie die immer mit Kohle irgendwann stimmt ja du wolltest ja irgendwie so Beete bauen wo das Wasser nach unten fließt ne richtig ja jetzt jetzt wo ich es gecheckt habe ist alles okay ja Leute es ist halb zwei Uhr morgens und ja mein Hirn ist nicht ganz da es ist noch im Schlafmodus was im Schlafmodus im Schlafmodus es schläft noch im Offmodus weißt du abgeschalten nicht verfügbar ja du bist doch nicht verfügbar ja danke mein Herz allerliebster wir haben mein Herz allerliebstes Ekelpaket boah bist du gemein dum 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 so Leute und warum das ich unten die Löcher lasse ja ganz einfach weil ich da nämlich dann Dinger baue so Kolben die wo die Erde nach oben treiben und wieder nach unten tun je nachdem wie ich das möchte und was hat Mami vergessen sich mitzunehmen Schaufeln nee Hacken Blöde Hacken uh ich blöde muss ich auch noch wieder zurücklatschen jetzt muss ich mal gucken weil jetzt komme ich ja wenigstens durch den Land ah ok also habe ich doch richtig gerechnet ich hoffe dass die diesmal das ein bisschen logischer geklärt haben hier mit den Redstones ach so ja nicht dass ich das dann wieder lege und der wieder auf halbem Wege Abbruch ist dann muss ich wieder einen Repeater bauen dann funktioniert der Repeater wieder nicht du weißt doch was ich mal für ein Ärger hatte ja ja ich weiß schon wie du das hattest du stundenlang warst du da drüber und hast getiftelt und gemacht und getan und gebaut und ach das war nervig ja ich weiß so und hier brauche ich dann die Kolben hier ist Kohle hier ist Kohle ich kriege einen Vogel so war das eigentlich nicht geplant dass jetzt hier Kohle ist wo ich gerade eben hier was bauen möchte ja jetzt ist weg gut sehr schön ach man wie baut man den nochmal Kolben Schatzi ich weiß es nicht ja ich wollte gerade sagen jetzt kommt bestimmt gleich ich weiß es nicht ja woher soll ich es denn noch wissen gut dass wir so viel Erde haben ey so einen schmalen Gang muss ich dann hier sowieso lassen aha aha das ist kräftig auch nix da wieso ist hier ein Erdklumpen da hat doch hier gar nix zu suchen mal Katzi hast du zufälligerweise Sticks einstecken? nein nix Sticks Holzbretter Holzbrettern kann man was machen? ja Sticks komm mach hm 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 oh wie baut man denn nochmal Kolben? ich sollte mir echt einmal das Crafting Heft kaufen ach Gott Leute muss ich im Handy mal gucken wie man Kolben baut wozu Müllsack wozu Müllsack gibt's nicht ach da ja na ein video wollte ich keins haben leute ja genau ich kaufe mir jetzt bei ebay in kunden handy und internet immer so eine sache kolbenkompendium nein klebrige oh mann dynamit auch ein einfach warte mal erst kurz vorm verzweifeln mach mal ist das kompliziert warum hast du eigentlich nicht minecraft kolben eingegeben ich habe doch mc kolben gegeben es langt doch auch man ist bin ich in den keller eingefallen das sollte das sollte und das sollte und das sollte ok holzbretter haben wir noch welche oben ich habe ich habe welche gefunden du traumnase da brauche ich noch eisen für die kolben eisen ist oben genug in der kiste der lagerkiste muss nämlich ein paar kolben bauen kohle diamanten gold ähm schatzi brauche ich mal ob das nudelwasser schon sprudelt ja da drüben klappert ein deckel ja da muss ich nochmal kurz rüber ja streamen gleichzeitig kochen ja ja ne schatzi ach ja ich wundere leute die die maul demotzt immer was das zeug hergibt ich habe jedes mal eier in der hose äh ja irgendwie falsches repertoire machen wir hier mal das hier ran da hier das ding ist kolben in der hose hat sie ja ja nudeln sind jetzt auch im wasser meine nudel ist auch im wasser das ist immer gut das war irgendwie gerade falsch ich will das nach oben schauend haben nicht nach unten oh man kein kommentar hilft's nix das muss ich wahrscheinlich doch anders machen schauen ob ich das von oben geregelt kriege oder ob die regeln mich korrigiert hat sich weiß es nicht ich denke immer an kocker deck ne bitte was das habe ich mich auch gerade gefragt so schau mal ob das dann hoch trillet oh mann oh mann oh mann schatzi wie kraftet man einen schalter weiß ich nicht woher soll ich das wissen leute da kriege ich echt ein zu viel hebel glaube ich heißt das heute auch auf englischen lever ok google minecraft hebel minecraft hebel ja schöne sprache aktiviert na dann zeig mir an wie man hebel baut bevor ich einen baut hebel äh irgendwie wird mir hier gerade irgendwie nichts angezeigt ja ja und wie geht es wie kraftet man den nein ich will jetzt keine werbung hier haben ich will wissen wie man den hebel bastelt der hebel gehört zu den schaltern und wird innerhalb von redstone schaltkreisen verwendet ja ist klar steht aber nicht wie man den baut ich denke immer stick und stein wahrscheinlich hier bin ich falsch den oven will ich nicht haben stick und stein mal schon ob das so genau wie ich mir das denk ja sehr schön hast du jetzt ja aber eher mir selbst ausgedacht wie es geht ohne lever kommen wir nicht weit schau mal schauen ob man den auch wirklich hier direkt dran machen muss oder ob das auch hier reicht ach lol ja was wahrscheinlich mehrere schalter brauchen äh ich glaube ich habe murks gemacht ich habe hier unsere hühner an ein ge-gacker und ge-gicker da drin da ein ge-gacker hab ich gesagt ein ge-gacker hab ich gesagt ge-gacker ja du hast ge-gacker und ge-gicker gesagt da stimmt doch schon wieder was nicht ach so der schiebt dann nur die erde nach oben dann brauche ich aber dann kies dafür wenn er das nur nach oben schiebt und nicht nach unten fallen lässt ach ist das kompliziert leute ist das kompliziert immer so eine sache entweder passt das nicht oder das passt nicht die hühner lassen ganz schön eier fallen ey solltest mal eier einsammeln gehen dann ja ich habe letztes mal gesagt ich habe ordentlich eier in der hose weil die hühner so viel fallen lassen haben hm ich bin bloß grad vorbei habe ich bloß blub 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 gehört mhm gedacht lol hallo weil die meine frau macht lol quasi soll ich dann das gulasch ausschalten ob du das gulasch ausschalten solltest ja glaube ich wäre nicht verkehrt ja moment lass mich noch schnell dahinter gehen dann mache ich das wenn sie euch fragt warum kocht ihr mitten in der nacht ja leute ganz einfach weil wir uns vorhin um wann war das schatz glaubt so um sechs sieben rum uns hingelegt haben mhm und quer weil wir müde waren wir waren einfach hundstod müde auch von der ganzen arbeit her und ja haben es einfach dann nicht mehr geschafft uns was zu essen zu kochen und von daher brauchen wir eben jetzt andere würden sagen boah um die zeit was warmes essen das könnte ich nicht das ist jedem seins ihr könnt natürlich abends um sechs essen wir essen natürlich ein bisschen später soo ich bin gleich wieder für euch da komm gleich wieder soo 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 geht das nicht mehr nach oben oder was ach warte mal kann das vielleicht sein dass die das so umgehen oder dann ach ja nack 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 soo das ist ne gackernde henne da das hab ich gehört das ist trotzdem ne gackernde henne du willst doch immer alles wissen ich will gar nichts ich will noch mal ruch haben ja nicht dass du zehn minuten später fragst hat sie was cool ausgeschlagen dann sage ich ja das habe ich dir gerade eben gesagt dass ich es ausgeschlagen habe und noch mal umgerührt habe hast du auch wirklich das gulasch umgeschalten ja und schalten hast du auch wirklich das gulasch umgeschalten ja halt die klappe jetzt Leute wenn ich meine frau nicht so weißt du treibe dann bin ich nicht glücklich wirst du das nicht jeden tag irgendwie warte mal warte mal das gehts wieder nicht kaum ist die verbindung da ey was geht denn ey ist das außenrum verlegen oder was was ist denn das so ein geschmarrig hey ich weiß es nicht jetzt bin ich wirklich vor jedem so ein teil ähm hebe ran machen muss dann ist es echt für den arsch ja wahrscheinlich jetzt versuche ich mal was ha geht nicht seht ihr nichts das hat doch richtig gut gepasst grad öff wie ihr seht seht ihr nichts sagt bloß aber das geht dann wieder warte mal tatsache das bummst dann ja kaum ist die verbindung zwischen wer bummst hier mit wem sei ruhig wo geht das dann aber das dann nicht das check ich echt nicht muss man jetzt da dazwischen immer dann die leitung da oben rumlegen oder was ich habe keine ahnung ey ich habe doch auch keine ahnung warum auch das geht dann tatsache 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 das geht immer da nicht oder was oh man ok ach was ist denn das für ein scheiß tatsache ich weiß es nicht wenn man den Kerl auf den Arm nehmen will. Funktioniert das nicht? Das ist eigentlich, wenn ich es nur so mache, dass es nur da oben ist. Bringt nix, okay. Für das erste hätten wir es ja, aber dann für das zweite und für das dritte hätten wir es auch, aber dann für das mittlere hätten wir es dann wieder nicht. Wenn ich nämlich hier den da ran mache, der fährt ja hoch. Dann bauen wir den hier weg. Dann gehen die hier auch. Oh, dann fehlt hier noch eine und wenn ich die verbinde, ist es wieder weg. Ach Gott, Leute. Mein Gott, der schreckt mich halt. Ich dachte gerade eben, der schaut mir einen Creeper an. Äh, Hasi, die Monster sind aus. Da pass mal auf, wenn ich das hier dazwischen klebe, siehst du das? Ja. Tun sich die drei hier nicht hoch. Ja, ja. Tue ich aber den hier wieder weg, geht das eine da wieder hoch, als hast du Red Starling gesammelt. Dann kann ich hier auch noch eins her machen und dann fährt das letzte auch hoch, aber das in der Mitte fehlt. Ja. Wenn ich das nämlich wieder rum mache, siehst du es, ist es wieder unterbrochen. Das verstehe ich nicht. Äh, ich würde eher sagen, Schatz, du musst für diesen Strang hier, wo ich jetzt stehe, äh, noch einen Schalter bauen. Ja, das weiß ich ja, aber ich rede jetzt nur von hier, warum das hier nichts geht. Weißt du, hier in der Mitte, hier. Dann wirst du wahrscheinlich auch noch ein Ding machen müssen. Nee, ich habe gesagt, wenn ich hier eins herbaue, guck mal her, da ist dann gar nichts, dann passiert nichts. Ja, ja, ist mir schön klar. Wenn ich es unten drunter baue, läuft es an, ich gerade wirklich. So, pass mal auf. Siehst du das? Passiert gar nichts. Okay. Dann tüftel du mal weiter, ich brauche eine Spitzhacke. Ja. Äh, nein, in der Portal wollte ich eigentlich nicht. Leute, der Kinn macht mich kirre. Ja, du machst mich kirre. Hier riecht es lecker nach Arran. Ich bin jetzt... Ja. So, ich brauche jetzt erst mal Fackeln, weil sonst sehe ich nichts. Dann müssen wir uns nämlich noch ein Stück reinbauen. Dann habe ich nämlich da eine andere Lösung, wie ich an das letzte rankomme. So. Da haben wir die... Ja, okay. Nein, nicht Verbindung trennen. Gottes Willen. Ja, um Gottes Willen. Leute, wenn ihr eine bessere Lösung wisst, ne, sagt mir Bescheid. Für jeden Schlagrat, äh, Schlag, äh, Ratschlag, dankbar. Das hat sie. Eins, zwei, drei, vier. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie du das damals gemacht hast. Ich weiß nicht, wie du das damals gemacht hast. War schon ewig her. Warte mal, bummst du das? Ja. Du das bummst? Okay. Jetzt alle drei O, alle, alle, alle oben, oder wie? Ha, geil. Oh Mann, muss man das kompliziert machen, aber es bummst. Cool. Ja, sag halt. Hast du es jetzt geschafft? Alle drei, das sind vier. Ich habe alle vier hochgekriegt. Ja, und wie hast du das gemacht? Von der anderen Seite nochmal die Leitung innen gebaut. Einfach von der anderen Seite die Leitung einfach noch gebaut. Von der anderen Seite her, hinten rum. So ist es schön, so ist es schön, so gefällt mir das. Hier werde ich aber offen lassen müssen, weil ich das, weil ich nämlich nachher da wahrscheinlich nochmal hinter muss, wenn ich da noch eins baue. Das kriege ich nicht hinein, das lasse ich auch erst mal da. So, und als Füllmaterial nehmen wir Kies. Nein, Schatzi, nicht geschieß. Kies. Ach du, immer mit deinem Geschiss. Ja, du bist ja der Geschiss. Ja, du bist ja der Geschiss. Leute, meine Frau hat einen Knallweg. Möchte ich nicht immer? Ja, du geschieß. Wo ist jetzt der Kies? Du geschieß. Da. Boah, fuck! Was, hast du Monster aktiviert oder was? Hallo, oder bist du tot? Oh, Mann. Au! Scheiße! Ja, die Frau macht echt nur Blödsinn, ne? Das ist ja echt Wahnsinn. Eins, zwei, drei. Äh, habe ich mich vielleicht verrechnet? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, leck mich doch am Hobel, ey. Jetzt muss ich gucken, bei mir fehlt hier nämlich noch ein Kolben. Ähm, darf ich es ja wieder umbumsen? Ach, Gott. Leute, ich war verrückt. Oh, Mann. Hätte ich ja wieder vor oben bauen müssen. Hirnlass nach. Alter. Was ist hier mit Alter? Ich gehirne, ey. Mann. Da ist einfach Lava raus. Ja, sowas kommt in den besten Kreisen vor. So, jetzt muss ich gucken, wenn ich hier eh noch einen Abstand dazwischen habe, müsste ich den eigentlich damit verbinden können. Äh. Äh. Nein. Den müsste ich dann wieder auf der anderen Seite machen. Okay. So, dass ich den, so dass ich die Verbindung hier durchkriege. Schauen wir mal, ob es jetzt bummst. Nein. Da bummst nichts. Ah, fuck. Ah, ich habe auch Scheiße gebaut. Mensch. Ne. Das hier wieder wegmachen, oder was? Ungerade Zahlen sind echt dämlich. Okay, ja. Ich fühl so kacke. Ja, super. Jetzt brenne ich wieder. Mann. Die Henne hier. Schatzi. Bitte lass deine Ausdrucksweise. Da ist Lava. Jetzt gibt's Lava, ja. Uff. Vielleicht hab ich das drüber-sappen. Ja, da kann ich drüber-sappen. Ah ja. Das bummst dann wenigstens. Okay. Da fehlt aber uns hier noch der dazwischen. Ist gleich das da. Jawohl. Jawohl. Jetzt soll ich wieder ein wenig anders drüber gemacht, aber besser als nischt. Möchte ich mal minen. Warte mal, das muss ich offen lassen. So. So ist gut. Jawohl. Dann bleibt das da weiter oben. Dann muss ich nur noch was neidun. Ich hoffe, dass ich da noch Platz hab. Ja. Gut. Na, das wird ne automatische Farm mit Kakaobohnen wären gut. Alles, was halt eben ohne Wasser wächst. Upsa. Aber woher Kakaobohnen nehmen? Eimer, 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 Eimer ist oben. Werkzeugkiste, ja. Jetzt kommt jetzt mal was in Werkzeuge. Nehme ich die Kolben. Waffen. Glowstone, Redstone. Redstone kommt hier rein, der restliche. Kohle, Diamanten kommen hier rein. Eisen. Wo Eisen? Eisen, 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 da Eisen. So. Holz, hier. Holz, bitteschön. Ich brauch den Hebel mit reinlegen. Werkzeuge, Papi brauch Werkzeuge. Eimer. Am besten noch mehr Eimer, nicht nur ein. Drei Eimer wären dann das Idealste. Komisch, Eimer weiß ich immer, wie ich sie machen muss. Das vergisst man nicht. Kiebel, ein Kiebel, Kiebel. Kiebel. Ach ja, das wird nachher abgebaut. Jetzt muss ich erstmal schon, ob die Toilettenspülung funktioniert, ob ich mir das vorstelle. Ich muss aber erst mal unten wieder einen Auffangbeheter bauen, wo dann der ganze Quatsch reinläuft. Nee, mein Schatz. Ich bin schon. Ich sollte nicht wundern, wenn ich noch nicht, wenn ich nichts sage. Ich bin hochkonzentriert und wenn ich mich konzentriere, dann will ich auch nichts sagen. Also seid nur nicht böse. So, jetzt gucken wir mal, ob das so fließt, wie ich das haben will, oder ob das gar nicht fließt. Sonst muss ich zwei Reihen, ein Wasser machen. Jawohl, genau. So stelle ich mir das vor. So stelle ich mir das vor. Das sieht aus wie ein riesiger Wasserfall. Geil. Jetzt kommt mal Madame dann gleich und dann demonstriere ich das mal. Sieht nämlich aus wie ein riesiger Locust. Möchtest du mal schnell nach den Nudeln gucken? Ja, mach ich. Wärst du mal so lieb, weil es braucht bei mir hier noch zwei, drei Minuten, bis ich oben bin. Du hörst das Fressen auf, dann gibt es nicht essen. Mach. Ein Trainingsprogramm, abzuwähre ich heute sowieso wieder. Also von daher. Liegestützen, Sit-Ups. Laufen. Leichtes Muskelaufbautraining. Für den Anfang. Ich darf mal den Ofen befeuern. Was hat denn der jetzt da hinten fabrikiert? Ah, ja. Becken. So, es fließt kein Wasser. Hm. Können jetzt eigentlich ärgern. Mach ich aber nicht. So, und jetzt soll ich mal hier hinten gucken. Sehr interessant, dass er das gebaut hier hinten. Boah. Eingemacht. Moment, lieber. Nur demonstriere mir mal, dass du hier so schönes gebaut hast. So soll ich dir die Klospülung mal demonstrieren, ja. Du musst oben zum Kies erst mal raufschauen. Schau mal oben hin, wo der Kies ist. Und dann musst du die Fließricht... Nein, nicht. Bleib einfach wo du bist und schau zum Kies. Und dann verfolgst du den Wasser. Das sieht richtig geil aus. Pass mal auf. So funktioniert die Farm. Geil, oder? Da kannst du alles auf einmal abernten. Und dann hinterher wieder ausmachen und wieder neu anpflanzen. Pass mal auf. Flop. So funktioniert eine automatische Farm. Das ist cool. Das ist echt cool. Ja, das muss ich mindestens noch eins, zwei, drei, vier, fast fünfmal muss ich das noch machen. Das wird ziemlich nervig. So, wollen wir hier erst mal einen Schnitt machen und essen? Ja, ich habe E-Coldampf. Ich habe seit gestern nichts ordentliches mit zwischen die Kiemen gekriegt. Ja, dann auf. Also Leute, man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Ja, lasst uns Like, Daumen nach oben da, äh, Follower, egal was, Hauptsache, ihr lasst was da. So, ich bedanke mich auch mal, ne, fürs Zuschauen, Leute. Super von euch. Bombig. Gesagt, wenn ihr wollt, ne, Follower, Like, Subscribe, Pipapo, alles, was ihr wollt. Dann verpasst ihr kein Video mehr von mir und ich bin immer gern für euch da, ne. Bis denn, haut rein, servus.